hallo und herzlich willkommen zur 23 folge hallo und herzlich willkommen zur 23 folge von die wolf ja evakuierungsspiel folge nummero fünf bzw tag und wir können jetzt quasi direkt level drei monster nehmen weil sie verteidigung haben wird sagen wir nehmen jetzt noch mal goliath so und dann werden wir felswurf nehmen schmettersprung und rammen feierarten ja komm damit wir auch schön viele fähigkeiten haben und dann werden wir ich würde sogar schon fast sagen den schadens bonus nehmen so fressen müssen wir nicht wir sind ja direkt level drei fernal maggie heng und ich glaube vel tja und wir haben in der letzten folge auch noch gewonnen gehabt in der letzten missionen dadurch haben unsere kollegen die da immer spawnen auch rüstung das muss man natürlich verhindern schauen wir mal hat scheinbar jemand ein video ne doch nicht da müssen wir hin den angriff müssen wir schaden so haben wir auch rüstung nein haben wir natürlich nicht sonst muss ein bisschen gas geben so voll das ging ja voll daneben wenn wir einen erwischt hallo wo kommt er denn her kalt ja sogar wirklich grad uns interessant ist hier doch gleich ein scharfschützer erwischt so einen möchte ich noch kalt ja warte mal einfach noch einen moment ich habe dem das gar nicht so richtig gecheckt dass wir das gar nicht sind alter kräches kärlchen wir müssen doch nochmal was zum nachkanken hier gegen ihn so oben war er bin mir jetzt nicht sicher was das ist sind denn die jungs jetzt gerade gespawnt na so ich glaube die sehen uns hier gar nicht sind so doof guck guck oh ich habe den richtigen erwischt nämlich den medic tja wie sich keiner um ihn kümmert Idioten tschuuu so ein bisschen brutzeln rum 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 guck guck mal rüber da na du wie fällt dir das nix da die posten nirgends ab klatsch 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 lieber das einmal schön einen nach anderen tot machen hoppala 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 mal ein bisschen HP wieder tanken beziehungsweise Rüstung hallo musst du mich verarschen spinnt ihr wenn ich einfach also dieser Steinwurf ne manchmal verstehe ich das nicht wieso der kein Schaden macht das hätte doch voll Schaden machen müssen gerade egal so klar weiter geht's ok den nehmen wir noch mit ach du schaust drauf den jetzt ran so kuckuck 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 na du schmeckt dir das ne schöne kleine hui in der Luft einfach verreckt kuckuck kuckuck so 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 jetzt können wir auch weitermachen klatsch jo sogar das Ding hier wegmachen auch schon die ganze Zeit noch ein Kitz ach da ist ja noch einer umgekrippt ok können wir den hier machen ö äh da war nicht mitgekrippt wo er sich hinverpiselt hat patsch na 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 keiner medic so wegmachen das blöde Ding hier so ähm nein so so schon her klatsch 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 ok scheiß drauf lassen wir sie da liegen lassen wir sie da einfach liegen also jetzt mal ernsthaft hallo what the fuck so genau die richtige Ecke hier und da müssen wir so so jetzt mal runter so und das Steinchen hui Wurft da Au 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 Ne 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 Nomnomnom Jaja macht ihr Man Macht ihr Man Macht ihr Man Müssen euch eigentlich nur aufhalten Haben die das nämlich hier schon quasi fast gemacht der Zeit. Das war nämlich so eh die Idee. So. Wir gehen gleich einfach mal hier. Hui. So. Mal ein bisschen Rüstung organisieren. Oh, das ist ja sogar ein Albino. Das ist natürlich lag. Geil. So. Jetzt können wir mal richtig fies sein. Dum dum dum. So. Flatsch. Hup hup. Schnappen wir uns mal eben. So. So. Matic. Klatsch. Mann. Gehen wir nicht auf den Sack. So. Wir müssen auf jeden Fall erst mal den ganzen Shit weg kaputt machen. Na ja, komm mal ran. Hui. Jetzt müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. So. So. Und das jetzt. Okay. Was für eine Waffe haben wir? Schadensbonus. Okay, da habe ich jetzt aber nicht so viel von gemerkt. Das ist ja auch. So. Jetzt sind wir dann jetzt auch gleich wieder voll. Lülül Okay Jetzt müssen wir mal gucken Was machen die denn jetzt da genau Erstmal würde ich gerne mal Das blöde Türme loswerden Gehen wir echt auf den Keks Einer ist da noch Mindestens Können die die reparieren Komm Einen haben sie da hinten noch Ja Ja das war dumm Das war dumm mein Freund Dummer kleiner Medic Na Klatsch Klatsch Sehr gut Meine Freunde Jetzt müssen wir auch mal diese blöden Türme hier loswerden Gehen wir nämlich schon ein bisschen auf den Sack Und hier geht noch mehr auf den Sack Was sagt denn überhaupt der Timer Noch ne Menge Komm mal hoch da Klatsch Komm mal runter Und klatsch Alter diese Türme Alter diese Türme Wahnsinn 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 So was fressen hier Nicht verrecken Hallo Zum Ziel Danke Schönen Schaden machen Hier an dem Ding Das ist das Wichtige Klatsch Na haben wir dich eingesperrt Nicht gut Das ist gut Jeder nicht getroffen Das war klar Wir müssen uns echt ein bisschen sputen Jetzt geht es echt nicht mehr so gut Oh 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 Das sieht doch gut aus Das sieht sogar relativ gut aus Nichts da Das kannst du knicken Sehr gut Klop klop Da haben wir ihn kaputt gekriegt Ja super Das war doch gut Piu piu Geht alles kaputt Monster EP Bonus Oha Eine ganze Menge sogar Ui 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 4729 Ah das Video Äh Video Ja Video kennen wir ja schon Einmal wieder schicken Tchuu Ich glaube am nächsten Mal werden wir mal gucken Dass wir das mal als Jäger spielen Und dann hoffentlich auch mal Gewinnohren Das sieht so fies aus Das sieht so fies aus Die ganzen Viecher Äh Kann man sich ja gar nicht wohlfühlen Als Jäger Da geht es unter Und explodiert Kapoff Subi 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 Haben wir noch eine ganze Menge geschafft Tchuuu Brauchen wir auch nicht Kennen wir auch schon Super 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 Da haben wir mit einem Felswurf vor allem Gut Schaden gemacht Ja sauberes Ding Oh Wie fies Naja Ja gut Damit haben wir das dann ja auch beendet Wir wollen ja nicht den Tag wieder versauen Für irgendjemand anders Gut Damit würde ich es dann auch sagen Sind wir dann jetzt erstmal wieder Am Ende dieser Folge angekommen Ich hoffe ihr habt Soweit Spaß gehabt Und Ja Beim nächsten Mal Wie gesagt Werden wir das ganze mal Als Jäger angehen Und dann mal schauen Ob wir das hinbekommen Wird mich ja freuen Wird mich ja freuen Na gut Wie gesagt Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt Und Bis zum nächsten Mal Auf bald